Nähen uns Ziel! Scheiße, ging ich einfach aus. Warum abgeschlossen? Feindliche Einheiten entdeckt. Er macht nächste Gruppe. Oh ne, der hat schon wieder. Fliegt er weg. Was haben wir denn da? Feind gesichtet! Fliegen wir los! Den da! Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Schilder aktiviert! Einheitsgenauung! Unvorreichende Mittel! Schaltet sie aus! Könntest du eben die ganzen Flugzeugträger irgendwie mal abfangen? Das wäre super, also wir nehmen seine Marine ein bisschen an. Unser Verbündeter wird angegriffen. Kleinheilst. Repariert! Unzureichende Mittel! Zelt eine Alarmbereitschaft! Dann los! Wird gebaut! Swimblade Inspektion abgeschlossen! Wer will Ärger mit mir? Nimm das! Ich kann eigentlich von Glück reden, dass der Typ keine verbesserte Luftfahrt hat. Unzureichende Mittel! Wenn du willst, ich kann ihm eine Vakuumbombe gleich in die Marinebasis reinhauen, also in den ganzen Stützpunktverteidigung und so weiter. Soll ich? Ähm, Moment. Vakuumbombe bereit! Vakuumbombe ist bereit, wenn du willst. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel! Soll ich ihm den ganzen Bauhof mit dem ganzen Drum und Dran erstmal weghauen? Eine Einheit wird angegriffen. Ähm, mach wie du denkst, also... Okay, ich hau ihm die ganze Stützpunktverteidigung davor mal weg. Kannst angreifen, sobald die Vakuumbombe durch ist. Supermagnetischer Satellit bereit! Unzureichende Mittel! Hau ihn weg! Orbital Regen bereit! Stilwellen! Das war doch gut, ne? Ja, genau so in der Richtung hab ich mir das vorgestellt. Sonst hätte ich jetzt meinen Orbital Inspektion abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unzureichende Mittel! Eine Einheit wird angegriffen. Wird gebaut! Was, 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 was war das? Warum war das grad zu hell? Was, was war grad zu hell? Der Gegner hat grad irgendwas gemacht, das grad ziemlich hell war. Unzureichende Mittel! Okay... Unser Verbündeten hat angegriffen! Unser erstes Ziel! Twinblade! Ja? Was ist das? Dieses Gebiet gehört uns! Wo sind diese Würmer? Unterbrochen! Unzureichende Mittel! Ziel wählen! Ich hab zwei deinen U-Boot mal in Eis und Fragen gegeben. Nutz ihn aus! Wir warten! Ah, ja! Nähen uns Ziel! Fliegen wir los! Unzureichende Mittel! Wo sind diese Würmer? Ah, fuck! Bauen wir die Reise? Ich mache es mir hier gemütlich! Sind eine Alarmbereitschaft! Wird gebaut! Das sieht scheiße aus! Eine Einheit wird angegriffen! Bau abgeschlossen! Ich baue ne Erzraffinerie in der Mitte! Unzureichende Mittel! Unterbrochen! Unser Verbünder hat angegriffen! Unser Verbünder hat angegriffen! Einheit verloren! Twinblade Inspektion abgeschlossen! Sowjetische Luft hochheit! Unzureichende Mittel! Wird gebaut! Kampffreigabe erteilt! Ich kann einfach nicht verstehen, wieso sie so weit... Sie haben einen Maulwurf eingeschleust! Na klar! Unterbrochen! Unzureichende Mittel! Alarm! Chronosphären Anomalien geordnet! Unser Verbünder hat angegriffen! Unser Stiftpunkt wird angegriffen! Eine Einheit wird angegriffen! Hab ich was Falsches gesagt? Baut bin ich ein Fliegerass! Nähen uns Ziel! Wo sind diese Würmer? Was haben wir denn da? Unzureichende Mittel! Unser Verbündeter hat angegriffen! Ein Sammler wird angegriffen! Einheit verloren! Nähen uns Ziel! Ja! Sehen wir da drüben nach! Schaltet sie aus! Feuer! Unser Stiftpunkt wird angegriffen! Nähen uns Ziel! Sie verdienen keine Gnade! Unzureichende Mittel! Repariert! Zu wenig Energie! Bau abgeschlossen! Neee! Die hätten ja auch sagen können, dass da ein Ding steht, dass sie da eine Atelier kann oder haben! Eine Einheit wird angegriffen! Unser Verbündeter wird angegriffen! Kein Widerstand! Bin unterwegs! Ah! Arthena Kanone? Ja die haben mit einer Chronosphäre und einer Arthena Kanone hinter die Basis geboordet und durch ohne dass ich es gemerkt habe haben sie mir einen super Reaktor kaputt gemacht! Beziehungsweise habe ich es erst gemerkt, als es explodiert ist. Ich gehe mal auf Richtung Massenkontaktion. Alarm! Alliierte Fallschirmjäger! Ein Einheit wird angegriffen! Wo ist der Feind? Feinde geschlossen! Ein Sammler wird angegriffen! Wird gebaut! Wir warten! Was darf es sein? Aufschießt er denn schon wieder? Ich bin einsatzbereit! MIG bereit für Erkunftsflug! Kommt jemand mit? Unzureichende Mittel! MIG bereit für Erkunftsflug! Repariert! Ich stehe unter Strom! Isolieren nützen auch nicht! Achtung! Starkstrom! Was? Repariert! Komm, fahr jetzt zu mir! Ich stehe unter Strom! Unser Verbündeter wird angegriffen! Unser Verbündeter wird angegriffen! Ein Sammler wird angegriffen! Eisenmer Vorhang bereit! Hallo! Dieses Land ist sehr schön! Unser Stützpunkt wird angegriffen! Supermagnetische Satellite bereit! Ziel wählen! Ich habe mal ein paar von den Infanterieinheiten mit Meisern in Vorhang gekillt! Bau abgeschlossen! Unser Verbündeter wird angegriffen! Repariert! Ich hoffe, das hat mir was geholfen! Unser Stützpunkt wird angegriffen! Unser Stützpunkt wird angegriffen! Auf einmal kommt der mit Falschemegant zu mir! Ziel wählen! Unser Verbündeter wird angegriffen! Ich habe mit denen die ganze Zeit zu kämpfen, aber... Ja, aber das wird plötzlich zu mir kommen! Zu gut plötzlich! Das hat mich auch überrascht! Normalerweise kommt der nur zu mir! Ziel wählen! Oh Gott! Ich brauche... mehr Twinblades! Die Luftwaffe des Volkes! Verstanden! Hauptquartier! Wird gebaut! Ungeeigneter Bauplatz! Unser Stützpunkt wird angegriffen! Wird gebaut! Chlor Patronel! Wird gebaut! Wird gebaut! Repariert! Ein Sammler wird angegriffen! Bau abgeschlossen! Wird gebaut! Ach, die Gesteizung! Bau abgeschlossen! Repariert! Unser Verbündeter wird angegriffen! Unzureichende Mittel unterbrochen! Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Vakuumbombe bereit. Dass ich noch keine gebaut habe, ist auch ein Bünder, ne? Ja, also ich hätte eine. Wenn du willst, können wir wieder irgendwas in die Luft jagen. Bau auch mal eine Vakuumbombe. Könnte sich lohnen. Ich kann nicht mal die zwei Seebassen da hinten kaputt machen. Mach ich jetzt auch. Hat er irgendwas zum Einsaugen? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich habe hier nur ein Satellit mit der geschossen. Also ja. Ein Sammler wird angegriffen. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Reichen gelitten. Unser Reichen gelitten. Unser Reichen gelitten. Ich muss nur noch näher ran. Unser Reichen gelitten. Oh, ich sehe gerade, was ganz was Böses ist. Der hat einen Betonkollider. Oh, der geht gleich hoch. Unser Verbindeter hat angegriffen. Die Frage ist, wo geht er rein? Bin online. Volle Energie. Twinblade Inspektion abgeschlossen. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Ein Sammler wird angegriffen. Wo ist der Feind? Feindliche Einheiten entdeckt. Das ist das Ende. Ich bin getroffen. Bin im Anflug. Twinblade Inspektion abgeschlossen. Wir hämmern. Da. Wir haben etwas für den Feind. Die Einheit wird angegriffen. Miljäger. Der Treppstoff reicht. Was darf Inspektion abgeschlossen? Schwerspilot. Machen wir einen Besuch. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Die Befehle sind klar. Feindliche Einheiten entdeckt. Supermagnetischer Satellit bereit. Unterbrochen. Ein Sammler wird angegriffen. MIG bereit für Erkundungsflug. Ich freu mich jetzt ernsthaft, warum der den Protonkollider nicht zündet. MIG bereit für Erkundungsflug. MIG bereit für Erkundungsflug. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Repariert. Feindliche Einheiten entdeckt. Ausbildung. Miegen bereit für Erkundungsflug. Mischen wir sie auf. Als Partein steht bereit. Halten Sie Ingenieur. Us病 иньяger und los. Wie spät ist es? Die Union nimmt sich was sie wollen, Ihr Hemmer. Wir sehen uns so. 53 Super Gate. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ein Sammler wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Wird gebaut. Feindliches Gebäude erobert. Wir haben die Börse überzeugt, unseren aufrechten Krieg finanziell zu unterstützen. Twinblade-Inspektion abgeschlossen. Habe ich jemanden übersehen? Windblade-Inspektion abgeschlossen. Windblade-Transporter einsatzbereit. Windblade-Transporter einsatzbereit. Ja, du machst ihn dahinten der ganzen Dinger kaputt sehr schnell. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ziel wählen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich bin einsatzbereit. Eine Einheit wird angegriffen. Windblade-Inspektion abgeschlossen. Massenproduktion Upgrade autorisiert. So, ich habe die Massenproduktion drin. Die Luftwaffe des Zockers. Alles kostet jetzt 25% weniger. Feindliche Einheiten entdeckt. Twinblade-Inspektion abgeschlossen. Machen wir einen Ausflug. Ich mache es mir hier gemütlich. Hier lasse ich mich nieder. Machen wir sie auf. Sind an Alarmbereitschaft. Hat der noch Energie dahinten? Dann los. Fliegen wir los. Ah, ja. Orbitalsius bereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verlorent. Bleeden uns zählen. Hey, was hat denn der da aufgebaut? Ich weiß, wo meine nächste Vakuum-Bombe reingeht. Wow. Du kommst damit gar nichts mehr. Kilo meldet sich zum Dienst. Übrigens, du kannst die letzte Erz-Raffinerie noch besetzen. Feindliche Einheiten entdeckt. Geht er durch Sputnik? Oh, die freundlich von dir. Ich habe mir gedacht, nachdem ich mir jetzt die Bank gekrallt habe, bin ich mal so frei. Deine beiden Superwaffen sind kaputt. Was? Meine was? Sind kaputt? Seine beiden Superwaffen sind kaputt. Vakuum-Bombe belaut. Achso, seine beiden, okay. Deine beiden. Feindliche Einheiten entdeckt. Ziel wählen. Okay, ich feiere hier mal eine Vakuum-Bombe rein. Du kannst deine da auch irgendwo in die Nähe reinschmeißen. Da nutze ich es gerade am meisten. Kilo meldet sich zum Dienst. Ziel wählen. Kilo meldet sich zum Dienst. Wohin jetzt? Mal langsam. Die Kirovs sind jetzt unterwegs. Ja, bei mich hat es echt gewöhnt, dass er den Protonko leider nicht gezogen hat, weil der hätte... Schaden anrichten können. Der hätte drei Minuten lang die Möglichkeit gehabt und ich habe die ganze Zeit einen eiseren Vorhang bereit gehalten, dass ich einen Schaden minimiere. Statuieren wir ein Exempel. Kirov meldet sie zum Dienst. Ja, sehen wir da drüben nach. Aber reiztelöse. Dann los. Reibt sie auf. Sprech das letzte Gewinn. Sprech das letzte Gewinn. Räumen wir auf. Ich könnte da jetzt Dings angreifen, wenn ich starte. Ja, machen wir auch einfach. Haben wir alle Bonus-Ziele? Ja, Bonus-Ziele haben wir alle. Gibt das Geld? Die Kirovs sind auch schon unterwegs. Ja, machen wir einen Besuch. Wir sächern uns dort. Kirov meldet sie zum Dienst. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Krimmer ist einsatzbereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Supermagnetischer Satellit bereit. Kann man da alles Geld-Ding drauf einsetzen eigentlich nicht? Ich habe etwas für Sie. Würde es sich nicht lohnen. Wir haben gewonnen, wenn die Freiheit Statue weg ist. Wacht nicht. Gibt es Punkte. Ich dachte schon, Sie fragen nie. Ich glaube, die Kirovs sind auch an der Statue. Sehr schön. Eine Einheit wird angegriffen. Jetzt geht's schnell. Setzen wir ein Seil ran. Einsatzziel erreicht. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel Geld ich gekriegt habe. Sie haben es geschafft. Die Alliierten sind bezwungen. Bäm. Dank Ihnen, Kommandant, ist die ganze Welt nun eine wunderbare große Sowjetrepublik. Und wir sind die Chefs von dem Laden, ne? Ja. Ah, eine riesige Statue. Auf Sie, Kommandant. Da war gar nichts drin. Das Volk möchte seinen neuen Premier sehen. Die Zukunft gehört Ihnen, Kommandant. Die Zukunft gehört Ihnen. Die Zukunft gehört Ihnen. Okay. Okay. Meine Verbindung wurde getrennt. Und gute Zeichen. Ich habe beendet. Wollen wir die Alliierten gleich noch anfangen, oder wie schaut's aus? Äh. Naja, nicht mehr. Brauchen wir morgen, okay? Dann machen wir morgen weiter. Alles klar, dann beende ich jetzt die Aufnahme und hoffen wir einfach, dass der alles aufgenommen hat. Ciao.